Hallo, in diesem Video enthüllen wir den Zoo von Lissabon und wir werden euch darüber informieren, ob der Zoo eure Zeit wert ist oder ob es nur eine Touristenfalle ist. Lasst uns also diesen Zoo besuchen. Ihr könnt euer Ticket online kaufen. Ich glaube, man kann sogar 5% Ermäßigung bekommen, wenn man es online kauft. Wir werden den Link zur Webseite des Zoos unter diesem Video stellen. Hier sind die aktuellen Eintrittspreise von Lissabon Zoo. Erwachsene 29 Euro und Kinder von 3 bis 12 Jahren kosten 18 Euro. Wenn ihr eine Familie mit einem oder zwei Kindern seid, dann ist es definitiv nicht billig. Deshalb wollt ihr bestimmt wissen, ob es sich wirklich lohnt. Es gibt über 2000 Tiere in dem Park mit ca. 300 Arten, darunter auch Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien. Es gibt also definitiv genug Auswahl für jeden. Hier könnt ihr einige schöne Papageien sehen. Es gibt auch einige Vogelvorführungen zu bestimmten Zeiten, wie diesen hier. Hier könnt ihr einige schöne Elefanten sehen. Ich musste mit meiner Kamera ziemlich heranzoomen, um nahe heranzukommen. Also um ein paar gute Videos von ihnen zu bekommen. Das ist der einzige Teil, der nicht so gut ist. Zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat. Also die Tiere sind ziemlich weit weg. Also im Vergleich zum Zoo in Zürich, wo wir auch schon mal waren, in der Schweiz. Oder dem Zoo in Utah. Dort kommt man eben etwas näher an die Tiere ran. Aber das Positive ist, dass man sehen kann, dass diese Tiere viel Platz haben und sie scheinen glücklich zu sein. Hier kann man dies deutlich sehen, denn es gibt ein kleines Nashornbaby hier und seine Mutter. Offensichtlich würden sie keine Babys bekommen, wenn sie dort nicht gut behandelt werden würden. Eine Sache, die sie dort verbessern könnten, ist der Kinderbauernhof. Also hier waren die Tiere ziemlich weit weg und vor allem für die jüngeren Kinder. Es wäre schön, wenn man mit ihnen ein bisschen mehr interagieren könnte. Die Highlights des Lissaboner Zoos sind für uns definitiv zwei. Das erste ist die Seilbahn. Wir haben noch nie eine Seilbahn in einem Zoo gesehen. Diese Seilbahn fährt rund um das Gelände des Zoos. Und man kann auch einige Tiere sehen. Wie zum Beispiel, wir waren ein bisschen enttäuscht, dass wir keine Tiger im Tiger Valley sehen konnten. Aber dann sind wir hier mit der Seilbahn drüber gefahren und konnten sie hier sehen. Es war wirklich schön und es ist wirklich eine schöne Sache. Man kann darin stehen und sich alles ansehen. Und unsere Kleine, sie hat es wirklich geliebt. Es muss wohl so gewesen sein, als ob sie fliegen würde. Es ist wirklich schön für Erwachsene und natürlich auch für Kinder. Es gibt einige kleine Imbissboten innerhalb des Lissaboner Zoos. Man kann sich Snacks kaufen oder ein Hühnerschnitzelsandwich oder ein Hotdog, Chips, Eis und so weiter. Und diese Imbissbuden, die waren eigentlich recht erschwinglich. Wenn man den Zoo mittags verlassen möchte, also um essen zu gehen, dann muss man sich nur vorher einen Stempel auf die Hand geben lassen, bevor man rausgeht und dann kann man wieder rein in den Zoo danach. Das zweite Highlight für uns war die Delfinen-Show. Man konnte hier sehen, dass es sich definitiv lohnt, den Zoo von Lissabon zu besuchen. Vor allem wegen der Seilbahn und eben der Delfin-Show. Es gibt auch eine Tiefgarage in der Nähe von Lissabon Zoo. Es war ein wenig schwer zu finden, da dort momentan viele Bauarbeiten um diesen Park, um den Zoo herum, stattfinden. Der Eingang zur Garage liegt also mitten in der Straße. Also bleibt euch dessen bewusst, also schaut wirklich, wenn ihr da rumfahrt. Aber es ist in Ordnung, die Garage. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen mehr von dieser schönen Delfin-Show. Und jetzt ist es ein bisschen mehr von der Delfin-Show. Und jetzt ist es ein bisschen mehr von der Delfin-Show. Ihr denkt mal, es ist ein bisschen mehr von der Delfin-Show.